Dance, I wanna dance, 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 dance Hallo, heute gibt es ein neues Video von mir und zwar mal wieder ein Ask Ilona. Ihr habt mir fleißig Fragen auf Twitter, Instagram und Facebook gestellt. Und ich werde heute mal wieder so etwa 10 bis 15 Fragen beantworten und dabei wünsche ich euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß. Lena Love You Too fragt, ob ich mal Autogrammkarten verlosen kann. Ich habe mir wegen dem Videodate dieses Jahr schon überlegt, welche zu bestellen und zwar werde ich auf dem Videodate dieses Jahr auch sein. Also an alle, die da sind, werden wir uns hoffentlich sehen und ein Foto machen können. Und jeder, der daran interessiert ist, kann dann auch eine Autogrammkarte bekommen und ich werde die auch zukünftig dann immer bei den Verlosungsgewinnern dazu packen. Aber so einzeln werde ich die wahrscheinlich nicht verlosen, weil so eine Autogrammkarte von mir ist nichts Besonderes, wie ich jetzt finde. Also wenn, dann einfach immer nur bei den Gewinnen werde ich die immer dazulegen. Und ich würde mich auch sehr drüber freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, wer von euch beim Videodate dieses Jahr dabei sein wird. Dann kann ich mich schon mal dran vorbereiten, wen ich so alles sehen werde. Und ja, ich freue mich auch schon rechtlich auf den Videodate dieses Jahr, weil ich ja letztes Jahr nicht da war. Ich weiß auch nicht warum, aber dieses Jahr werde ich auf jeden Fall dabei sein. CRL Y nun fragt, wenn du umsonst verreisen dürftest, wohin würdest du reisen und was würdest du dort unternehmen? Also ich werde auf jeden Fall nach Amerika fliegen, weil ich schon ganz, ganz lange nach Amerika will. Ich denke, das ist so ein Ort, da will irgendwie jeder von uns mal hin. Ich würde dort erstmal nach New York und nach Hollywood gehen und dann würde ich natürlich in beiden Städten mir erstmal so die Hauptsehenswürdigkeiten anschauen und dann natürlich auch noch shoppen. Aber ich würde dort auch im Sommer hinfahren, dass ich mich dann auch schön kleiden, schön sommerlich kleiden könnte. Und ja, da würde ich hingehen. Be Not Perfect Be Original fragt, sprichst du mit deinen Eltern Russisch? Also bei uns zu Hause ist es so, meine eine Schwester spricht etwas Russisch, aber die spricht so ein Mix von Russisch und Deutsch. Und ich persönlich rede immer Deutsch mit ihnen und die antworten mir auf Russisch. Also es ist immer so, ich spreche Deutsch, die sprechen Russisch. Und dann ist es zum Beispiel so, die fragen mich auf Russisch, ja, was machst du heute? Und dann antworte ich denen halt auf Deutsch, ja, ich mache heute das und das. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Als nächstes fragt, Live Life Cream, spielst du ein Instrument? Ich habe früher Klavier gespielt, aber damit habe ich dann auch so im Alter von elf aufgehört, weil es irgendwie gar nicht mehr mein Ding war. Und es hat mir auch ehrlich gesagt keinen Spaß gemacht. Es war einfach so, Laura hat Klavier gespielt und dann dachte ich so, boah, ich muss auch Klavier spielen und eigentlich hatte ich da gar keinen Spaß dran. Aber ich bin froh, dass ich wenigstens so ein bisschen Klavier spielen kann. Dadurch habe ich im Musikunterricht eigentlich einen ganz großen Vorteil, aber an sich ist so Instrumentespiel gar nicht meins. Eine Frage, die ich so oft gestellt bekomme und es sind auch ganz viele Verwunder zum Beispiel gewesen, hey, warum bist du denn nicht in Schweden? Und dann denke ich mir so, ja, Emma ist doch in Schweden. Und zwar ist die Frage von MiniEmily1, sind du und Emma in einer Klasse? Nein, wir sind nicht in einer Klasse. Wir sind zwar beide in der Klasse 9, also im 9. Jahrgang, aber wir sind nicht in einer Klasse. Als nächstes fragt Miriam61, wurdest du schon mal von Leuten aus deiner Schule angemacht, weil du YouTube-Videos machst? Ja, natürlich würde ich von Leuten aus deiner Schule angemacht. Und zwar gab es anfangs immer ganz viele Leute, die immer ihre Kommentare abgegeben haben. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so, weil sie jetzt merken, ja, es ist egal, was ich sage, sie wird eh ihr Ding machen. Und ich meine, ich denke schon, dass ich jetzt in diesen zwei Jahren, ja, das sind jetzt zwei Jahre, das ist echt krass, ich meine jetzt schon zwei Jahre YouTube, es war vor, ich glaube, zwei Tagen war mein zweijähriges. Ich habe es ganz vergessen, das irgendwie zu erwähnen. Weil irgendwie in diesen Tagen denke ich immer nur noch an meinen Geburtstag, und dann gehe ich, ja, ich wäre 15 und dann ist es immer so, dass ich immer mein zweijähriges und einjähriges vergesse. Aber ja, auf jeden Fall war mein zweijähriges auf YouTube. Oder war es schon mein drei? Nein, das war mein zweijähriges, glaube ich. Die nächste Frage kommt von Aileen-Aileen. Lieber eine Woche schulfrei oder einen Tag gratis DM-Shopping? Am schönsten wären natürlich beides. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es auf jeden Fall der einen Tag gratis DM-Shopping-Gutschein-Tag, weil, ich meine, einen Tag kostenlos im DM zu sein. Ich glaube, ich würde einfach alles mitnehmen und dann, boah, das wäre echt ein Traum. Also eine Woche schulfrei hat man oft genug. Es gibt Ferien, es gibt Feiertage, wo man frei hat. Und das ist jetzt gar nicht so unbedingt nötig, wie ich finde. Deswegen auf jeden Fall ein Tag gratis DM, das wäre so ein Traum. Die nächste Frage kommt auch von Aileen-Aileen. Und zwar ist es die Frage, hatte ich schon mal einen Fan außerhalb Deutschlands erkannt? Eigentlich denkt man sich so, boah, im Ausland, da kennt mich eh keiner. Aber ich wurde schon in zwei ausländischen Ländern erkannt, und zwar in England, von einer Schulklasse. Und zwar war da ein Mädchen, und das hat mich dann erkannt, die war da mit ihrer Klasse, glaube ich, auf Klassenfahrt. Ich habe das auch im England Follow Me Around erwähnt, dass sie mich angesprochen hat. Und ich wurde einmal in Holland angesprochen, auch von einem ganz, ganz lieben Mädchen. Und nochmal Grüße an euch beide, falls ihr das jetzt seht. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt angesprochen. Ich habe sonst niemanden am Ausland getroffen. Die nächste Frage kommt von Miri. Weißt du schon, was du später mal beruflich machen willst? Ich persönlich weiß nicht, was ich später beruflich machen will. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall mein Abitur abschließen will und anschließend studieren möchte. Und zwar möchte ich gerne in Hamburg studieren. Ich möchte auf jeden Fall nach Hamburg ziehen. Ich weiß nicht, ob ich dort studieren werde. Auf jeden Fall sehe ich mich in meiner Zukunft in Hamburg, weil ich die Stadt persönlich sehr, sehr gerne mag. Das habe ich auch in meinem letzten Twitter-Talk erwähnt, dass meine Lieblingsstadt in Deutschland Hamburg ist. Und ja, da würde ich sehr, sehr gerne hinziehen. Die nächste Frage kommt von Maddy. Gucken deine Eltern deine Videos auch an? Ja, meine Mutter guckt immer meine Videos. Das ist immer ganz lustig. Ich sitze in meinem Zimmer und höre nur so mein Video laufen. Manchmal frage ich dann Laura, ob sie mein Video guckt, aber dann ist das meine Mutter. Ich meine, Laura guckt auch meine Videos, aber ich finde es aber ganz komisch, wenn dann meine Mutter meine Videos guckt. Und ich weiß, dass sie dieses Video jetzt auch guckt. Deswegen liebe ich mich so Mama. Die nächste Frage kommt von Ilona, einer Namensschwester. Verkrüppeltes Herz an dich. Und auf jeden Fall fragt sie, wie sind deine Eltern auf den Namen gekommen und wie hieß du, wenn du ein Junge wärst? Also, meine Eltern sind durch meine Schwester Laura auf den Namen gekommen. Es lief Teletubbies und dort war ein Mädchen, was Laura hieß und ein Mädchen, was Ilona hieß. Mama war zufällig in der Zeit schwanger und dann hat Laura gesagt, hä, ich will deine Schwester Ilona. Und so wurde ich getauft. Ansonsten hätte ich von meiner Oma aus, hätte ich Katharina gehießen und für meinen Eltern her Jennifer. Und wenn ich ein Junge wäre, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Die nächste Frage kommt von Lina. Welches Alter findest du gut, wenn man anfangen will, sich zu schminken? Ich persönlich finde, so 11, 12 ist eins der besten Alter, um erstmal so leicht anzufangen. Ein bisschen mit Mascara, ein bisschen Concealer. Also ich persönlich habe mich mit 10, 11 angefangen zu schminken, was ich persönlich aber ein bisschen zu früh finde. Ich finde, man sollte seine Haut so lange noch genießen, solange man sich noch damit wohlfühlt. Sobald man anfängt, sich zu schminken, fängt man an, sich ungeschminkt, unwohl zu fühlen. Und wenn man dann merkt, gut, ich bekomme Pickel, dann kann man ja mit Concealer und Mascara anfangen. Aber besonders, wenn ihr eine gute Haut habt, auch noch mit 13, dann benutzt wirklich vielleicht nur ein bisschen Puder, wenn eure Haut fertig ist. Wenn ihr schöne Haut habt, dann braucht ihr absolut keine Foundation. Bei mir ist es, ich habe eine sehr picklige Haut, was man jetzt natürlich nicht sieht, weil ich wunderbar vollgeklatscht bin. Aber ja, ich persönlich brauche Pickel. Ich brauche Pickel. Nein, ich brauche Concealer, Puder und manchmal auch Foundation, wenn meine Haut ganz schlimm ist. Aber zu der Catrice Photo Finish Foundation muss ich sagen, ich kann sie euch nicht empfehlen. Ich habe jetzt aufgehört, die Catrice Photo Finish zu benutzen und meine Haut ist viel besser geworden. Deswegen muss ich jetzt leider eine Kaufempfehlung geben. Aber vielleicht ist da draußen ja irgendwer, der sie schon nachgekauft hat und sie vielleicht bei der Person ganz toll ist. Dann könnt ihr mir das mal schreiben. Aber bei mir persönlich verursacht sie Pickel. Die letzte Frage kommt von Fabienne. Was ist dein Lieblings-YouTube-Video von dir selbst? Ich persönlich habe kein Lieblings-YouTube-Video von mir. Deswegen möchte ich die Frage mal von euch beantwortet bekommen. Welches YouTube-Video ist euer Lieblings-Video von mir? Ihr könnt mir ja auch mal schreiben, was so eure Lieblings-Videos von mir sind. Das heißt, entweder Ask Ilonas, Tags, Lookbooks, Food Diaries oder weiß nicht, sonst irgendwas. Also das könnt ihr mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich brauche momentan sowieso so ein bisschen eure Video-Empfehlungen beziehungsweise halt, was ihr sehen wollt von mir, weil in der letzten Zeit mache ich halt so ein bisschen immer dasselbe und ich versuche auch manchmal so andere Sachen, wie zum Beispiel das First World Problems-Video. Aber das kam auch halb gespaltet an. Aber auf jeden Fall haben es sich dementsprechend trotzdem sehr viele Leute ganz angeguckt. Was mich ein bisschen gewundert hat, aber einerseits ist es schlecht angekommen, andererseits fanden es manche ganz toll. Deswegen schreibt mir einfach mal, was ihr so am liebsten von mir sehen wollt. Und ja, ich hoffe dann einfach, dass ihr mir das schreibt. Und hier rechts von mir ist jetzt noch einmal mein letztes Ask Ilona verlinkt. Ich hoffe, ihr klickt da noch einmal drauf. Und das ist auch verlinkt in der Infobox für alle Handynutzer. Und wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder. Tschüss!